Vielleicht darf man kurz vor. Ich bin Rich Monser, ich bin 27 und ich studiere Betriebsökonomie an der Kaleidos FH. Wieso hast du dich für die Kaleidos FH entschieden? Ich habe etwas gesucht, was in der Nähe ist und wo ich mich optimal weiterentwickeln kann. Was findest du der Kaleidos FH besonders cool? Die Organisation ist super organisiert, also man hat nie ein Problem, bekommt sehr schnell Feedback über und Dozenten sind sehr gut. An wen würdest du Kaleidos FH weiterempfehlen? Definitiv Leute, die 100% arbeiten möchten oder einfach ein höheres Pensum im Allgemeinen und so keine Lohnbussen haben wollen. Das ist sicher ein sehr guter Ort für dich. Und wie würdest du die Kaleidos FH von 1 bis 2 raten? Das soll ich nicht. Ja, bisher ist alles super gelaufen, alles smooth gelaufen. Ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin am falschen Ort. Also für mich ist es definitiv der richtige Ort zum Studieren und darum empfehle ich es auch allen weiter.